Hallo! Danke, dass du auf dieses Video geklickt hast. Zusammen spielen wir jetzt den South Park. Ähm, die Rektok-To-Lehre Zerreißbube. Ein kleines bisschen schwer zu lesen, aber wenn du Bock hast auf schwarzen Humor, dann bist du hier genau richtig und es geht jetzt los. Untertitelung des ZDF, 2020 Wempels. Wir sind zwei Lager, im Krieg. Tunen-Friends. Aber Krieg wird unsere Stadt nicht retten. Eine Zeitreise ist meine letzte Hoffnung. Mythen erzählen von alten Zeiten. Von einem König, der sein Reich einte, das von einem mächtigen Stab zerrissen worden war. Hallo, Schatz. Schnauze, Mom. Keine Zeit zu verlieren. Ich reise in die Vergangenheit, verändere die Gegenwart und finde die Katze. Und vielleicht kann ich auch so ungeschehen machen, was aus uns geworden ist. Oh, fuck. Ach, stimmt. Ich muss ja meinen eigenen Charakter basteln. Okay. Den ersten Teil habe ich noch nie gespielt. Ich habe mal daran gedacht, aber der ist nur auf Englisch. Also Englisch ist ganz so schlecht, aber ich weiß nicht. Ich mag die deutsche Synchro mega. Hache. Ich habe Haare auf dem Kopf. Nein, nein, nein. Aha. Doch, der gefällt mir lieber. Okay, dann bleiben wir bei dem Make-up. Bart. Bart. Wie ein Kind. Bart. Wollte mich verarschen. Nee, nee. Karl. Bille? Nee, keine. Leidung. Ja, mein Umgang oder was? Puh, was mache ich denn? Okay. So, bin fertig. Zurück. Und weiter geht es. Wie ich das gerade? Boah. Willst du mich verarschen? Weiß. Ganz leicht. Sehr schwer. Dunkel. Keine Sorge, das wirkt sich nicht auf den Kampf aus. Nur auf dein ganzes restliches Leben. Ah. Danke, Cartman. Das ist... Genau sowas feiere ich ans Haufpack. Politisch korrekt gibt es nicht. Okay, weiß. Die Weißen haben es ganz leicht. Ganz schwer. Wir bleiben bei der Mitte. Wollte, guck mal wie blass der... Guck mal wie der aussieht. Nee, die goldene Mitte. So. Unterbrochen. Okay. Erstellen. Die Mauerin greift man. Sie sind überall. Lass sie nicht zu unserer Basis. Zu spät. Sie haben das Kastell gestürmt. Ah. Sie haben... Haben die Basis. Klagt sie zurück. Auf die Mauerin. Ihre Rüstung ist zu stark. Sie tragen Fahrradhelme. Wo sind eure? Wo ist der König? Ich bin der König? Ich weiß ganz gerade. Ein Stern. Äh. Was ist jetzt... Was ist das so? Halte und drehe L1 und R um den richtigen Punkt zu finden. Okay. Äh. 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 Was ist jetzt passiert? Okay. Schütteln. Schütteln. Cooler Move. Mal pressen. Ah. Weg ist es. Danke. Kackmeister. Nur Hardcore. Goff. Was haben wir denn hier? Ich seh nix. Warte das Ding weg. Die ganzen Belohnung krieg ich hier. So. Versteh kein Wort, was die da sagen. Steht dir das? Wir sollten froh sein, dass er hier schon so schnell Freunde gefunden hat. Wir sind hier untergetaucht. Da machen neue Freunde nur Probleme. Du bist ja paranoid. wieder raus. Mom. Dad. Was macht Dad? Was machst du da? Was machst du da? Ist das ein Brownie? Was macht der da? Was ist das? Oh, schade. Ich dachte, ich könnte zu Ende gucken. Was ist das? Technik. Batterie und Technik. Äh, was für ein Messer? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist mein Zimmer. Das ist mein Zimmer, definitiv. War ich früher auch schon dabei? Kostüm. Mitnehmen. Assassinkostüm. Ach ja, jetzt kriege ich das ganze Zeug, oder? Rezepte, Rezepte. Danke. 53. 53. Das ist einfach an. Hallo? Nein? Andere Klamotten? Mom? Mom? Bist du hier? Oh, ich hab Geld gefunden. Warum weint Mom? Mom? Was ist los? Was ist hier unten? Ich hab nur was im Auge. Schon gut. Ich such nur was. Lass dich nicht stören. Mom, komm, red mit mir. Deine Freunde stehen vor der Tür, Schatz. Geh raus zum Spielen. Keine Sorge, Schatz. Wenn ich tot bin, tut es nicht mehr so weh. Okay, Mom. Ein weiterer Dienstag. Mein Herr, die dreckigen Mauern wollen Castellcoupa in ihre Gewalt bringen. Du musst kämpfen, Herr. Wir brauchen dich. Hä? Soll ich jetzt nicht mit... Mein Herr, komm, komm, Alter. Mein Herr, komm, komm, Alter. Hä? Muss ich jetzt nie hier Superhelden spielen, oder so? Wo ein bisschen hier immer noch hier... Was sind wir denn? Volker vorkauft? Ja, ja, ich bin ja schon dabei. Keine Sorge, Kein. Wie denn? Kampfurteil. Äh, wie geht das? Was soll ich machen? Um Kraft auszuwählen. Schlag. Oh. Äh, abbrechen. Drücke X. Oh, besiegt. Kräfte mit Rückstoß können zusätzlichen Schaden verursachen, indem sie Gegner in andere... Oh, Gegner verbinden oder Objekte schleudern. Schaffen wir uns hier tot? Au. Oh, Mann. Ey, das ist irgendwer, der hat... Der hat ein Holzschwert. Und Kyle, was machst du? Wir können ihn nicht aufhalten. Mach die Wachen des Dunklen... Wow. Hast du gesehen, wie krass der König ist? Niemand ist so stark wie er. Und jetzt? Oh, was sind das, wir Leute? Du schaffst uns nicht alle. Ja, der braucht Hilfe. Hör nicht auf sie, knips ihnen die Lichter aus. Was wollt ihr von mir? Äh, greifst du einen Gegner zuerst an, erhältst du einen Kampfvorteil, wo du zuerst am Zug bist. Die vorständige Kampfreihenfolge wird in der Zeitlinie unten rechts angezeigt. Eins, zwei, drei. Okay. Die verschiedenen Kräfte wirken auf unterschiedlichen Bereiche des Schachfelds. Du siehst die Reichweite einer Kraft in der Grafik unten im Bohr. Äh, okay. Warte mal, das sind... Wenn ich das mache, kann ich zwei auf einmal wischen? Hm. Ich so mache? Nee. Ich so mache? Ey, das passt. Ah, iiih. Ja. Boah, das ist doch unfair, der hat denn hier ein Schild? Da ging ein. Äh, ja, den am besten. Gäh. Äh. Voll ekelhaft, aber nicht genug, um uns zu besiegen. Oh. Autsch. Das ist doch unbesiegbar. Gegen uns alle hast du keine Chance. Warte mal, ich kann ja wieder den hier machen. Oh, zwei kann ich erwischen. Oder? Kann ich zwei erwischen? Ich weiß nicht. Ah, so ist das. Nee, ich mache so hier. Die Wachen des dunklen Hofs sind alle Muschis. Hey, halt auf! Die Mauern werden siegen. Was denn? Oh, so, ich dachte schon. Äh. Ich kriege nur einen. Jo, mein Gefolge. Schnell, Mann. Geht zur Seite oder sterbt. Wir gehen durch diese Tür. Niemals. Ach ja, und warum nicht? Das alles hier vorne ist Lava. Oh Mann, echt jetzt? Das ist alles Lava? Ja, alles von hier bis da ist Lava. Da könnt ihr nicht durch. Hier kommen wir da rüber. Los jetzt, gehen wir rein. Geht nicht, die sagen alles vor der Tür ist Lava. Oh, das ist voll unfair. Was machen wir jetzt? Was macht ihr jetzt? Ihr sterbt. Lasst den Drachen los. Die haben Drachen? Oh mein Gott, was ist das? Ein Drache? Wir sind am Arsch. Wieso gibt es mal noch keinen dritten Teil davon? Das ist der Drache, der brüllt. Das Spiel ist eigentlich mega witzig. Der Gegner könnte dich angreifen, während du etwas untersuchst. Ey, wie soll ich denn was untersuchen? Gerätst du in einen Hinterhalt gehört dem Gegner automatisch den ersten Zug? Och, nö. Oh, hat er mich angesprochen? Ne. Na schön. Ich habe zu... Ne, das ist kein Freund. Nein. Ich muss das machen. Ich erwische den anderen mit. Ja, habe ich. Gebt er noch? Was da... Da ist immer noch einer. Oh Mann, ist der immer noch nicht tot? So helft mir denn keiner. Feuer, Atem, los! Die gestreiften Felder zeigen die Schadenzone eines bevorstehenden Angriffs an Verlass diesen Bereich. Okay. Mach ich bloß dem Feuer, Atem, aus! Wenn du bereit bist, deinen Zug zu bänden, halte... Kannst du den ja machen? Ne. Äh, okay, zu bänden. Vielleicht wäre ich lieber weiter weggegangen. Achte, jetzt? Ach, unser König ist ausgewichen! Ach, das ist dumm. Okay, wenn ihr Feuer Atem kriegt, dann kriegt unser König den Hammer der Gottesherrschaft. Was für ein Hammer? Keiner hält den König! Auto! Auto! Ey, wir dürfen nicht auf der Straße spielen, ja? Das ist gefährlich. Unter von der Straße, Drecksplagen! Okay! Was? Wie ich gerade sagen wollte, keiner hält den König, auch er ist allmächtig! Okay, Hammer, der irgendwas. Welcher Hieb! Oh, Kacke! Drachentöte! Dragonslayer! Natsu! Hey, du bist ja immer noch da! Hey, danke, dass du es bis zum Ende geguckt hast! Und ich bin live auf Twitch da, spiele das dort auch gleich. Also, wenn du Bock hast, mich dabei live zu sehen, komm einfach auf Twitch, ist in der Beschreibung verlinkt. Und lass doch ein Like da und abonniere diesen Kanal für die anderen Sachen, die ich dann hochlade. Dankeschön für's Zuschauen, bis zum nächsten Mal und Tschüss!